Das hier ist ihr neues Album Little Dark Age, kommt raus am 9. Februar und daraus hören wir jetzt den Titelsong Little Dark Age, das erste Mal seit vielen Jahren wieder live im Fernsehen, MGMT! Bis zum nächsten Mal! 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 Bye! 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 Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!